Vielen Dank, Herr Präsident. Ich habe aufgepasst. Es waren sechs Minuten 53, die die Ministerin gesprochen hat. Und ich möchte anmerken, wir als Bundesrepublik Deutschland oder als Sachsen-Anhalt, wir haben nicht die moralische Verpflichtung, mehrere zehntausend Afghanen hier nach Deutschland und explizit weniger dann nach Sachsen-Anhalt zu holen, wenn überhaupt ist vor Ort zu helfen, und zwar mit den Nachbarländern. Den wenigen Ortskräften, die es dort gibt, dem wurde Schutz durch die Bundesrepublik Deutschland zugesagt. Das ist auch richtig, aber es ist eben auch nicht zwingend in Deutschland notwendig. Das geht auch vertraglich vereinbart auch hervorragend in den Nachbarländern, die ja dieselbe Kultur haben und wo eine leichte Rückkehr möglich wäre, wenn die Heimat dann wieder befriedet ist aus diesen Nachbarländern. Wenn jemand eine moralische Pflicht hat, zur Aufnahme aus Afghanistan, dann sind es die Vereinigten Staaten von Amerika, die vor 20 Jahren angefangen haben, dort Krieg zu führen. Aber diese Nation macht die Flugzeuge voll, bringt sie nach Ramstein und wir können uns dann um die Menschen kümmern, die hier in Ramstein landen. Das finde ich auch etwas verwerflich als Zweckpartner eines Bündnisses, aber so ist es nun mal. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Menschen in Afghanistan, da gibt es zwei Umfragen, die etwas unterschiedlich sind, die wollen nicht diese Demokratie, wie wir sie haben. Die wollen die Scharia. Es gibt eine Umfrage mit 60 Prozent und eine Umfrage mit knapp 90 Prozent. Und wenn eben diese Menschen das so wollen, dann können wir ihnen dabei auch nicht mehr helfen. 20 Jahre lang haben wir es versucht. Es hat aber nichts genützt. Und das Land wurde ohne Gegenwehr mit hochmoderner Kriegstechnik und 300.000 Soldaten unter Waffen den 60.000 Taliban auf einem Silbertablett serviert. Und da sollte man sich schon fragen, warum das so ist. Und Freiheit wird aus Mut gemacht. Aber eine mutlose, fünffach überlegene Armee, die den Islam mit einer Scharia der Demokratie vorzieht, verhält sich eben wie Freilandhühner, die freiwillig Käfighaltung wählen. Auch da können wir als Demokraten wenig in diesem Land Einfluss ausüben. Und wer halb Afghanistan hier nach Deutschland holen will, so wie Sie von den Linken, der hilft eben nicht Afghanistan, der macht aus Deutschland selbst Afghanistan. So hätte es Peter Scholler-Thurie gesagt. Und ich möchte nur eins. Ich möchte verhindern, dass wir solche Schlagzeilen in Zeitungen lesen müssen. Diese Kinderschänder und Vergewaltiger flogen ungehindert von Kabul nach Deutschland. Über 200 Menschen ohne Papiere zu uns gereist. Innenminister Seehofer warnt vor Kriminellen. Dieser Innenminister kann es nicht. Der hat nichts zu warnen. Der hat dafür zu sorgen, dass diese 200 Leute hier gar nicht einreisen. Das ist die Aufgabe dieses Innenministers und keine andere. Und im Übrigen kann es diese Landesregierung eben auch nicht, weil sie hier im Prozentbereich einwandern lässt und im Promillebereich abschiebt. Das ist das nächste Problem, was wir hier haben. Und ich möchte nur noch mal auf das Thema Gewalttaten zurückkommen. Afghanistan spielt dabei eine sehr unrühmliche Rolle. Beim Thema Gruppenvergewaltigung, Körperverletzungsdelikte, Raub- und Mord- und Totschlagsdelikten sind Afghanen ganz fleißig mit dabei. Die ersten drei Länder, Syrien, Afghanistan und danach noch ein anderes Land als zweiter Stelle. Da muss ich ganz ehrlich sagen, auch die Haushaltskosten, die wir dadurch haben, die Kostenfrage von 2013 bis 2019 haben wir eine Steigerung von 241 Prozent bei Hartz-IV-Beziehern aus den Hauptherkunftsländern. Herr Kirchner, kommen Sie zum Ende. Von 163 auf 950.000. So kann es nicht weitergehen. Da müssen wir unsere Grenzen schützen. Wir müssen den Abschiebedruck massiv erhöhen und erst mal die 300.000 abgelehnten Asylbewerber aus Deutschland nach Hause fliegen, bevor wir hier nur einen neuen dazuholen. Vielen Dank. Ich sehe eine Intervention des Kollegen Krüll. Herr Krüll, Sie haben das Wort. Herr Kirchner, ich weiß nicht, ob das jetzt bei Ihnen Absicht war oder reiner Zufall. Sie haben den Eindruck vermittelt, dass diejenigen, die über die Airbase Rammstein in Deutschland landen, dann auch in Deutschland verbleiben. All diese Personen werden in den USA über zivile Lufttransporte gebracht. Und es bleibt keiner von diesen Menschen in Deutschland. Bitte stellen Sie ja nicht solche Falschbeauptungen auf und halb verhalten. Wenn Sie wollen, können Sie antworten, Herr Kirchner. Ich kann da gerne zu antworten. Ich habe es ja selbst in der Presse gelesen, dass einige von denen, die hier landet sind, schon hier Asylanträge stellen wollten oder stellen werden. So habe ich es gelesen. Und warum soll man der Staatspresse nicht trauen, Herr Krüll? Ja, das ist doch die Frage. Herr Krüll, stopp. Wenn Sie noch ein zweites Mal das Wort haben wollen, dann können Sie mich darum bitten. Danke. So. Da Sie Ihre eine Minute am Anfang nicht ausgeschöpft haben, haben Sie jetzt noch zehn Sekunden. Bitte, Herr Krüll. Herr Kirchner, eine bitte. Wenn Sie immer wieder zitieren, ich habe irgendwas gelesen oder eine Quelle. Wir wissen doch, dass aus verschiedenen Thematiken benennen Sie die Quelle konkret und nicht ich habe es irgendwo gemacht und gelesen und irgend ähnliches. Sie haben keine konkrete Quelle benannt, weil Sie wahrscheinlich keine konkrete haben. Sie haben sich auf den Block von irgendjemandem bezogen, der doch eigentlich personistisch tätig ist. Bleibt es immer in der Realität. Sie können doch mal antworten. Ja, ich würde dann einfach empfehlen, nehmen Sie sich einen Referenten von Ihnen, recherchieren Sie es nach. Sie werden es dann sehen. Genau so war es. Und ich kann Ihnen nur eins sagen. Ich wünsche den Afghanen viel Glück dabei, wenn sie einen Weg in eine andere Welt suchen. Wenn Sie Ihr Land verlassen möchten, dann möchte ich Sie gerne auffordern, nach Kuwait, in den Oman, nach Katar oder in die Vereinigten Arabischen Emirate auszuwandern. Das sind reiche Länder Ihrer Kultur. Ich sehe kein Zweckbündnis so weit hingehen, dass wir solche Leute hier aufnehmen müssen, 30, 40, 50.000, die dann noch mal fünfmal so viel herholen. Wir haben hier noch aufgenommen. Zwei Millionen Leute in den letzten Jahren sollten wir erreicht haben für dieses Land. Und darum bitte ich. Und nur so kann man diese Sache auch lösen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich muss natürlich noch mal kurz auf Herrn Striegel antworten, der mich ja hier als Kulturrassist bezeichnet hat. Es ist schon spannend, Herr Striegel, dass Sie als Volksrassist, der sich dem Volkstum der Deutschen durch Zuwanderung gewünscht hat, mich als Kulturrassisten bezeichnet. Auch der Anti-Amerikanismus, den kann ich nur zurückweisen. Und das, was der Kollege Kohl vorhin gesagt hat, kann ich ihm kurz nachliefern. Afghanen aus US-Schutzprogrammen beantragen Asyl in Deutschland. Der Spiegel von vor einer Woche. 130 Leute aus dem US-Schutzprogramm für Ortskräfte und andere gefährdete Afghanen sind praktisch bei uns in Deutschland mit einem Asylantrag vorstellig geworden. Das ist genau das, Herr Striegel. Ne, Herr Kohl, wenn man eine Drei-Minuten-Debatte hat und ich hier alles mit Quellen hinterlegen muss, dann kann ich nur noch Quellen zitieren bei Ihnen. Das geht in drei Minuten nun mal nicht. Dann können Sie sich darauf verlassen, was ich sage. Und übrigens sind wir genau deswegen wegen solchen Zwischenfragen für ein besseres Bildungsprogramm. Vielen Dank.